In diesem Video geht es darum, wie Sie Folien aus einer Gliederung oder aus einer anderen Präsentationsdatei importieren können. Ich möchte jetzt am Ende meiner bestehenden Präsentation, also nach der Folie 22, neue Folien importieren, die in Form einer Word-Datei oder einer RTF-Datei, also als sogenannte Gliederung, vorliegen. Ich muss die Folie markieren, nach der die Folien importiert werden sollen. Das ist hier schon passiert. Und anschließend wähle ich im Register Start über Neue Folie den Befehl Folie Ausgliederung aus, der sich fast ganz unten an vorletzter Stelle befindet. Der Computer möchte jetzt wissen, wo befindet sich die passende Datei. Ich greife auf den passenden Ordner zu und habe hier jetzt eine Datei extern. In dieser Datei befinden sich die notwendigen Informationen. Ich markiere die Datei, klicke hier auf Einfügen und dann werden die Daten konvertiert und importiert. Sobald der Vorgang abgeschlossen wurde, habe ich jetzt am Ende meines Dokuments, am Ende dieser Präsentation, diese zwei neuen Folien mit Standort Wien und mit Partner und die entsprechenden Aufzählungspunkte sind hier auch angeführt. Wie weiß jetzt PowerPoint, welche Textinformationen als Titel, welche Texte als Aufzählungspunkte der ersten, zweiten oder dritten Ebene angezeigt werden sollen? Das weiß PowerPoint aufgrund der Formatierungen in Word. Ich lasse mir mal das Word-Dokument anzeigen. In diesem Word-Dokument habe ich jetzt diese blauen Überschriften Standort Wien und Partner. Diese Überschriften sind mit der Formatvorlage Überschrift 1 formatiert worden. Dementsprechend sorgt der Computer dafür, dass die als Titel verwendet werden. Texte, die mit der Formatvorlage Überschrift 2 formatiert wurden, werden dann auf der ersten Aufzählungsebene dargestellt. Texte, die mit Überschrift 3 formatiert wurden, werden als Textinhalte auf der zweiten Ebene angezeigt und so weiter. Also aufgrund der Formatvorlagen weiß PowerPoint, wie jetzt die Informationen in die passenden Folien umgewandelt werden müssen. Wie kann ich noch Folien importieren? Ich stelle mich ans Ende der Präsentation. Wenn ich bereits eine andere Präsentation habe und ich möchte aus einer anderen Präsentation Folien wiederverwenden, also auch importieren, dann habe ich auch unter Neue Folie die Möglichkeit, dem Computer mitzuteilen, dass ich Folien eben wiederverwenden möchte. Ich greife dann auf eine PowerPoint-Präsentation zu. Wo befindet sich die PowerPoint-Präsentation? Das kann ich rechts außen über die Schaltfläche durch Suchen angeben. Ich greife zum Beispiel auf eine Datei Informationstechnologie zu und öffne diese. Im rechten Teil des Fensters werden mir jetzt die einzelnen Folien angezeigt. Nehmen wir an, ich möchte die vorletzte Folie mal jetzt importieren. Dann kann ich ganz einfach mit der linken Maustaste auf diese Folie draufklicken und der Computer importiert mir die Folie. Sofern ich nichts anderes angebe, wird automatisch das Design, das ich in der aktuellen Folie habe, verwendet. Wenn ich dem Computer mitteilen möchte, dass die ursprüngliche Formatierung mit der Folie importiert werden soll, dann müsste ich das Häkchen ganz unten setzen. Ursprüngliche Formatierung beibehalten. Und wenn ich jetzt auf das Symbol der Folie 15 zum Beispiel klicke, die ich importieren möchte, sehen Sie, dass die Informationen, wie zum Beispiel etwaige Hintergründe, mit importiert werden. Natürlich auch bei anderen Folien, Hardwaregruppen zum Beispiel, Sie sehen auch hier, bleibt das ursprüngliche Format erhalten. Ich kann also durch das Setzen des Häkchens bestimmen, wie die Formatierung beim Importieren ausschauen soll.